Willkommen zu unserem heutigen Set. Tadaa! Hier ist VoiceOver Balle. Das mit dem Vloggen haben wir noch nicht so raus, deshalb fehlt das Intro. Aber es gibt zum ersten Mal auf diesem Kanal eine richtige Intro Musik. Also viel Spaß mit dem Vlog und Action! I'm ready! Was? Im zweiten Dreh! Die brutale Wache in der Morning. Ich muss heute waschen. Fertig. Jetzt muss ich föhnen. Look into your eyes Look into your eyes Look into my eyes Look into your eyes No longer mine Oh you're no longer mine Oh you're no longer mine Der Film ist einfach rot. Schaut wohl schön aus. Maria hat mir aufgetragen, dass ich etwas machen soll. Und das mache ich jetzt. Einmal. Das ist nicht sehr schön. Zweimal. Was ist das jetzt? Das ist für ein Spiel, aber mehr weiß ich noch nicht. Und ich habe jetzt so Schaschlik-Spieße. Muss ich ein bisschen... ...abklopfen, dass sich da keine Verletzte. Das sind so spitz. Eigentlich muss ich noch ein zweites machen. Für beide Vorder- und Rückseite. Das sind schönere. Das ist die Vorderseite. So, jetzt habe ich hier zwei schöne und zwei nicht so schöne. Jetzt nehme ich das. DIY-Quarantäne Edition. Klebe das da dran. Oh no! Hache. What happened? Es ist zu lang. Ich kann auch eine Schere bringen. Nein, das passt schon. Ich kann sie einfach kürzer machen. Wie neu. Sehr schön. Sind doch fast schöner als die Originale. Mein Babe hat mir Frühstück gemacht. Wie lecker. Überall Haare. Wo sie nicht hingehören. Och, Manno. Egal. Ich zieh mich jetzt um. Weil der Pulli ist schon voller Haare. Nein, ich zieh mein Outfit an. Das Outfit finde ich schön. Ja, gell? Das gefällt mir. Damit mir nicht zu heiß wird. Damit mir nicht zu heiß wird? Ja. Gut. Äh, das ist das Outfit für den Dreh, oder? Mhm. Okay. Ich zieh mir noch eine andere Hose an, weil ich finde sie nicht so schön. Voll. Ja. Ich liebe das. Mein Outfit. Bam! Macarena. So, jetzt geht's los zum Dreh. Booty Shard. Love it. Oh, da muss ich gleich wieder kacken. Den Staubsauger im Hintergrund, liebe ich. Hi. Einer fehlt, zwei fehlen. Da. Und der. Ja, passt. Willkommen zu unserem heutigen Set. Tada. Und ich rufe jetzt gleich die liebe Maria. Ja, beziehungsweise, sie muss mich noch so in den Meeting beitreten, yes. Oh, Meeting-Passwort. Das wird jetzt hier eingespannt. Mein Verständigungstool. Oh, schon Mikro ist aber nicht, oder? Oh, nein. Hol dich dir gleich. Das ist wichtig, ja. So, was muss ich denn da machen? Love it. Unsere Klo-Kabine einfach umfunktioniert. Voll. Superfekt, wir haben nichts geändert, außer das Licht ist sonst nicht hier. Schade, nicht. Aber das ist echt kalt. Ja, du musst es einfach wärmen. Ich überlege, ob ich mir was drauflege. Wirklich? Ja. Ich werde ja noch ein Weichen sitzen. Ja, aber dann wird es warm werden. Jetzt sitze ich wahrscheinlich endlich mal so lange am Klo wie du. Now you gotta experience the joy. Ja, aber das ist echt kalt. Ja, aber ich sitze auch nicht auf dem Klo-Deckel. Ja, das ist gut. Hallo. Okay, pass. Test, eins, zwei, drei. Ja, genau, wir müssen den Ton auch machen. Ja, mach gleich. Mein Getränk der Wahl ist immer Wasser und ich werde mir auch eins holen. Das ist so eine sehr gute Idee. Kamera läuft. We are red day. Können wir bei uns einmal klatschen? Sie klatschen und wenn ihr geklatscht habt, klatsche ich auf einmal. Szene eins, Szene eins, Take eins. Ja, ich freue mich auch. Ich finde es richtig lustig und surreal, dass ich so vom YouTube-Kanal jetzt plötzlich das sozusagen in echt sehe. Vielleicht war ich auch einfach nur leidisch auf ihn. Ich weiß es nicht. Für dich ist die Unterhaltung ja richtig lustig. Du hast nur die eine Seite der Unterhaltung. Kannst du dir schon vorstellen. Links, wo Sie sind am Start. I'm ready. Wrong. Wrong. Nee. Okay. Ja. Ja. Ganz genau. Ja. Ja. Was machst du da? Ich einmal. Warum? Weil die Bonz sein will. Weil ich mir Farbe in mein Leben bringen sollte. Come on, antwortet meine Frage. Was? Was willst du denn hören? Was machen wir jetzt gleich? Wir drehen. Was drehen wir? Auf dem Klo. Was drehen wir auf dem Klo? Für auf Klo. Und was? Irgendwas über unsere Beziehung. Oh, schon wieder? Ja. Aber anscheinend über die unschönen Seiten unserer Beziehung. Also alles. Wow. Thanks. Es ist ein Wendor für uns, oder? Nicht für das B-Rolls Sachen, sondern für auf Klo. Wir haben heute nämlich sogar noch einen zweiten Dreh. Und deshalb richtet sich Amy jetzt her. Und zwar drehen wir wieder mit auf Klo. Und es geht ums Thema. Und das hat mir einmal versucht. Yes. Wuhu. Mh. Hey, yo. Hey, yo. Hey, da, he, da, he. Hey, da, he, da, he. Hey, da, he, da. Ich finde das Licht jetzt so stark massig. Es liegt dann immer so auf Schweichflecken und so, dass man feucht ist und so. Ja, das liegt an mir, an dem Licht. We are recording. It's so beautiful, aber es wird dann ein bisschen herrübergekommen. So? Weil dann sind wir beide halbwegs mittig. So wird es dann sein. Ich bin der Mipo-Boom. Nein, ist da die, die noch drin war. Oh yeah! So, wir haben jetzt unser Bad umfunktioniert. Hier haben wir den Computer, weil wir müssen nachher Musik hören. Dann wird hier der Chat stattfinden. Und hier sitzen wir. Diesmal mit Polster, weil mir hat der Hintern vorher dann echt wehgetan. Und jetzt werden wir das dann auch montieren. Tada! Das ist ein bisschen zu hell. Und das kommt. Tada! Das ist magnetisch. Und das lässt es jetzt. Tada! Richtig cool leuchten. Wuuuuhuuhu. Hallo, 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 hallo. Soundcheck, test, test, test. Okay, dann. Perfekt. So. Und? So. So, so. So, so. Ich glaube, dass darauf ein bisschen diese Eifer sucht. Läuft alles. Sorry. I'm going to cry. Damit habe ich nicht geregnet. Okay. Oida! Wow, das habt ihr so gut gemacht. Hallo. 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 Da war der Amy. Hallo Amy. Das ist Maria. Hallo. Sag mal Hallo von deinem Klo. Von unserem Klo. Hallo aufs Klo. Sieht man das? Ja, das sieht man. Voll schön. Geil. Beauty. Oh, es war voll schön. Sehr emotional. Hm. Hat es dir gefallen? Hey, wundervoll. Hat es euch gefallen? Ja, mega. 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 Ja, aber alle so ein bisschen. Bisschen sehr. Bisschen sehr. Bisschen sehr. Hab ich nicht erwartet. Kein Problem. Es bist ja eigentlich nicht du schuld, sondern sie. Was? Am I? Eigentlich bist es du. Ich bin eigentlich gespannt auf das Video. Ja, same. Voll schön. Oh, ich liebe euer Set einfach so. So we turned this place into our own shooting set and it's crazy. It's crazy. I love the pictures. Okay. Let's keep on shooting. Yes. Oh damn. Oh damn. Alright. I love it. Nach dem Shooting haben wir noch was gegessen und dann haben wir diese zwei Bilder gepostet. Ami werkt noch fleißig herum, weil wir im Studio einiges umgeräumt haben. Das zeig ich euch gleich. Und wir haben jetzt die Dateien fertig gemacht für auf Klo. Das hat recht lange gedauert. Wir mussten die Tonspuren synchronisieren und ein kleines Color Grading drüber legen. So sieht das jetzt aus. Das war das gemeinsame Video. Und ... Oh, wunderschönes Standbild. Wunderschönes Standbild. That was me. Perfekto. Ich liebe das da. Ja, so eine schöne Klowand. Und ja, jetzt ist es 1 Uhr. Wir sind schon so früh wach gewesen für unsere Verhältnisse. Und ja, morgen in der Früh holen wir auch eine kleine Kommode. Also sollten wir eigentlich schon im Bett sein. Ich zeig euch jetzt das, was Amy gemacht hat. Und zwar hier hinten haben wir dieses Regal. Das ist eingeräumt. Zuerst mal hintransportiert und dann eingeräumt. Gut, das müssen wir schräg waschen. Und das fahren wir auch in den Weg. Uuuuuhh. Ja, also das Studio wird jetzt langsam auch schon zu einem richtig schönen Arbeitsplatz. Der Gummiball schaut richtig toll aus. Da steht das weiße Regal vorher. Und diese Kommoden haben wir gestern geholt. Von den Haben. Und die sind so viel schöner. So viel schöner. Hallo fleißige Biene. Hi. Was machst du noch? Immer noch aufräumen. Du bist so brav. Aber es ist zu sauber, oder? Zu sauber. Voll schön. Ist das für deine Mom oder so? Das ist meins. Das ist eine Erinnerungshose. Ah, Erinnerungskiste. Ja. Sollen wir das noch fertig? Das ist für deine Mom. Perfekt. Und dann geht's ins Bett? Ja. Sehr schön. Toller Tag. Ah! I love you. Love you. I love you. Test test test. Test.